Auch für die Erholung muss jeder herausfinden, was sich für sich am besten eignet. Jeder muss diese Zeit finden, damit dann auch das Training effektiver sein kann. Ich versuche am Abend meistens noch ganz kurz raus zu gehen, spazieren zu gehen. Erholen ist für mich auch einfach Musik hören und ein Buch lesen. Malen tut mir auch gut. Was ich gerne mache, ist auch mich auf eine Wiese hinsetzen und die Augen einfach zu machen und zu hören, was die Umgebung um mich herum sagt. Aber wie gesagt, jeder muss für sich selbst herausfinden, wie man sich am besten entspannen kann, wie man sich am besten erholen kann. Meine Tipps können einfach sein, auszuprobieren. Malen, Musik hören, Bücher lesen, spazieren gehen, lockertraben oder sich mit Freunden treffen und einen Kaffee trinken. Das ist so.